Whisky sauer. Ich finde, hier gehört Eiweiß rein. Das macht den Trink cremig, sämig, lecker. Also Ei trennen und ab in den Shaker. Dann greifen wir zum Whisky. Ich empfehle einen Bourbon und zwar 6 CL davon. 3 CL frischen Zitronensaft hinzufügen. Er heißt auch schließlich sauer. Oh mein Gott, mein Speichel wird angeregt. Für die Süße nehmen wir 2 CL Läuterzucker. Eis rein, kräftig shaken und ab in den Tumbler damit mit frischen Eiswürfeln abseihen. Schaut euch die Konsistenz an. Für die Nase noch ätherischen Öle von der Bio-Orange. Cheers, Medeas.